so dann machen wir mal werde auf natürliche weise vier oder fünf sterne verhandlungslos um die polizei freizuschalten machen wir da mal dann holen wir uns mal ein deluxe was ich auch gut wenn das wie gesagt um einfach umparken jetzt ich selber vom kollege hast du denn eben schon mal gezeigt was auch für zu hast warte mal er meinte er hat sogar einen account mit millionen also es ist ja milliarden jahren hat er noch mal eine stupe drauf gelegt noch mal thema so viel jahr 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 Alter, da hätte ich ja wohl jetzt vier Sterne für verdient. Ja, jetzt. Ich sehe nicht, wie ich so einen Helikopter verfolgen könnte. Wie gesagt, du musst wegfliegen. Ich weiß, ich mache es aber. Lester ist mein Kumpel, der erzählt das Boxer nicht. Einfach ein Kumpel, der ist ein Kumpel. Das war's für heute. Junge, wie lange braucht ihr denn noch? Bis ihr weg seid. Toll. Ich lass mir den Arsch. Das hab ich noch nie gehabt. Dass ich mit dem Deluxe so wegfliege, Alter. Und mitten in der Luft kommt mir dann nochmal Heli genau auf meiner Höhe entgegen. Und ich hab die Sterne wieder, ey. Will er mich verarschen? Vielleicht haben die ja ein bisschen daran geschraubt. An Polizzeiben, äh... Aggressivität oder so. Nee, nee, nee. Da blieb ich so falsch. Meinst du, was ich drin habe? Man muss doch die ganzen Missionen rumpacken. Nein, von deinem Internet. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn man einen Driftrenbindet hat. Und ein neues Driftren startet, fliegt man aus dem Job und fliegt euch die Luft. Ja, das ist doch geil. Ich hab schon wieder ein Heli. Guck mal, das gibt's doch gar nicht. Das hab ich noch nie gehabt mit dem Deluxe. Dass ich in der Luft bin, meilenweit. Und da ständig ein Heli kommt. Ich bin voll oben. So hoch war noch nie ein Heli, Leute. Kannst du mir erzählen, was du willst? Nee. Nee, Sparrow, tut mir leid. Da kannst du noch nach Hause gehen. Und du auch so viel in der Open Lobby spielst, ne? Nee, tut mir leid. Das war noch nie. Ich hab das schon so oft gehabt, dass ich Sterne durch irgendeinen Kack hatte. Dann nimmst du ein Deluxe und fliegst einfach hoch. Fünf Sekunden später ist es weg, Alter. Aber hier kommt die ganze Zeit ein Heli. Auf meiner ist sogar höher als ich. Und ich bin, glaub ich, auf dem höchsten Punkt. Guck mal, da ist schon wieder einer. Genau auf meiner Höhe. Nee. Warum kriegst du nicht immer den Tunnel rein, Alter? Es gibt vier Sterne, da werfst du schon längst nicht die Sterne weg. Aber du bist ja beruflich. Nee, ich bin einer, ich hab's drauf, Alter. Deswegen sag ich ja, hat sich geändert, ne? Hat sich einfach geändert. Das ist nicht mehr so wie früher. Jetzt kommen die auch, äh, Dings. Das hat man sich wohl so gedacht, dass man hier schön abbauen kann. Das ist aber nicht der Fall. Da hat man reingeschissen, wenn man denkt, dass man das so machen kann. Das ist aber nicht der Fall. Geht doch. Aber willst du dir den Rion wirklich holen? Weil du könntest mit dem nichts machen, ne? Das ist ein Pegasusfahrzeug. Du könntest den ja mal fahren, wenn du willst. Bei mir, ich hab den. Ich hab den mir vorhin auch so gekauft. Äh, ich muss das ja zeigen. Falls du jetzt nicht um den Geld verschwenden willst. Aber ich guck jetzt mal, ob ich später den Ding reinsteigen kann. Ich guck jetzt mal. Schreib gar nicht. Schreib gar nicht. Wie ist nichts los bei dir? Welche erste Mission? Die erste Mission von, von, äh, vom Schrottplatz. Ist ja wohl klar. Welche Mission, ey. Wie heißt denn das Ding? Transport, lass mal, wo? Polizei Riyad. Spezialfahrzeuge. Spezialfahrzeuge? Hä? Ja, also bei Pegasus anrufen unten mehr Spezialfahrzeuge. Hä, Sonderfahrzeuge sind da. Spezialfahrzeuge da. Festival Bus, Taxi, Razzio. Pegasus anrufen. Alles klar. Dann hab ich's ja gemacht, ey. Ich hab's einfach drauf, ey. Ich brauch deine Hilfe gar nicht, Junge. Halt seine Nummer auf. Hup. Hup. So, das war's dann schon wieder mit dem neuen Update, oder? Komm noch, trifft, komm noch rein. Wird der, wo wir uns zacken? Ja. Ja, wo haben die das denn jetzt ganz hingestellt, ey? Per der Rennbahn. Killerts ist einfach nicht da, ey. Mein liebster Zuschauer. Ist nicht da. Ja, der war gar nicht da. Der war gar nicht da, als ich das gesagt hab, du Opfer. Ja doch, das ist aber der da. Der ist im Zyklus. Ja, da war er da, aber nicht da, als ich das mit Dings gesagt habe. Toll, das Ding kann man sich ja nicht auch klauen, ne? Mama hast du nicht gesagt, dass du mich da von dir mal fahren lässt, weil jetzt habe ich 4,8 Millionen dafür ausgegeben, ey. Ja, das ist eigentlich schon. Toll. War unnötig, das klingt. Aber wie war das noch? Muss ich das sagen? Nö, Digi. Habe ich mir trotzdem geholt? Na, will ich wegräumen, tut er auch nicht. Kann man sonst irgendwas machen? Hier, komm mal her, Micky. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Hier gibt es noch neue Waffe. Kannst du auch zeigen, wie hier. Okay, auf geht auch nichts. Man kann die Tür noch nicht mal umhauen. Kommst du von mir? Warte, ich mache Aufnahmestopp. infos. growling. Bye dann. Aufnahmestopp. Bis zum nächsten Mal.